Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werdet ihr die Highlights des ersten Cups mit neuen Keybinds sehen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt die Keybinds tatsächlich auch erst seit einem Tag eingespielt und da ich ja relativ viel bei den Bau-Keybinds geändert habe, lief es auf jeden Fall extrem gut. Ich hoffe euch gefallen natürlich solche Highlights. Wenn es so sein sollte und ihr generell keine Videos auf diesem Kanal verpassen wollt, lasst natürlich gerne ein Abo da und helft mir auf dem Weg zu den 500 Abonnenten. Außerdem wer werdet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr auch sonst noch für Videos hier auf dem Kanal sehen wollt und folgt mir natürlich auch gerne auf Twitch. Link dazu ist dann in der Videobeschreibung und helft mir auf dem Weg zu Twitch-affiliiert. Dafür brauche ich nur noch drei durchschnittliche Zuschauer, würde mich auf jeden Fall extrem freuen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Highlights. Aus einer Normal-Chest-Schule, würde ich nicht lösen. Ich habe meine ganzen Metzen alles verschwemmt. Ich hatte zwar gar keine Metzen, aber trotzdem hat er das Spaß. Boah! Wo ist die Hevis? Nein, aber ich weiß nicht. Die Zinkler sind drauf. Immer noch. Ich habe einen Headshot. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Oh nein. Ich habe den Lug. Wir haben den Lug mit elf Muni. Fünf alles. Und ich habe den Lug. Nein! hat da real talk spaß und alles die gewahrung werden bei der agency nie die ganzen bots gekillt ist du nicht bei deinem computer weil es stinkt so sehr bürgermeister das war ein satz mit x das hat das deal aber es war absolut los natürlich ja ich kann so scheiße sein ich kann so scheiße sein ich kann so aggressiv und so kacke spielen ich bin ein bisschen sauer weil das nicht ich bin fertig freust du dich jetzt da ist wie viele punkte elf in der runde insgesamt weiß ich nicht viel auf dich doch du 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 Nein, dritter. Digger, ist das dumm. Ist schon wieder so dumm. Wieso kann ich in das Loch nicht angeln? Warte, es ist so schwer, mir nimmt es löpfig. Heute vorhin im Turnier, der eine mit seinem Apfel die ganze Zeit die Staff versucht zu grappeln. Und ich kann nicht bauen! Er ist so schnäht da hinten! Er ist so schnäht da. Er ist so schnäht. Er ist so schnäht. Er ist so schnäht.